In Münster begrüße ich Rübrecht Polenz, der im Jahr 2000 auch einmal CDU-Generalsekretär war. Guten Abend, Herr Polenz. Einen schönen guten Abend. Herr Polenz, haben Sie eigentlich jemals daran gedacht, CDU-Vorsitzender zu werden? Eine Ihrer Nachfolgerinnen hat den Hut dafür ja in den Ring geworfen. Nein, ich war mal Kreisvorsitzender in Münster, das war genug. Jetzt sind Sie Teil der Union in der Mitte. Das ist ein Kreis, der die CDU ja in die Mitte führen will und dort auch halten will. Dahin, wo Angela Merkel sie hinpositioniert hat. Ist das genau der Richtige? Ja, die richtige Position? Ich glaube schon. Wir werden ja auf absehbare Zeit Dreier-Koalition haben, um regieren zu können. Und da ist es wichtig, dass die CDU beispielsweise sowohl mit der FDP als eben auch mit den Grünen koalieren kann. Und das ist in der Zeit von Merkel durch den Modernisierungskurs der CDU gelungen. Wenn wir uns jetzt den Kreis der Bewerber um ihre Nachfolge angucken, da sind ja zwei, die eher nicht ganz so mittig verankert sind. Friedrich Merz oder auch Jens Spahn. Sind die richtigen Kandidaten? Das muss man schauen. Erstmal finde ich, ist schon gut, dass die CDU doch unter sehr qualifizierten Persönlichkeiten auswählen kann. Vielleicht erweitert sich ja das Kandidatentableau auch noch etwas. Das weiß man noch nicht. Und das Reden, die Partei hätte nicht genügend qualifiziertes Führungspersonal, wird, denke ich, dadurch widerlegt. Man wird jetzt sehen, hoffentlich auch auf Regionalkonferenzen, wo sich die Bewerberinnen und Bewerber vorstellen, wie sie sich profilieren. Denn bisher hat sich ja als Parteivorsitzende, als Kandidat dafür noch niemand von ihnen vorgestellt. Sie haben alle in ihren bisherigen Rollen agiert. Haben Sie Sorge, dass es jetzt unter den Kandidaten womöglich nicht mehr ganz so gesittet abgehen könnte? Das hoffe ich nicht. Ich glaube, jeder ist gut beraten. Und das gilt auch für die jeweiligen Unterstützer, die eigenen Stärken in den Vordergrund zu stellen und nicht so sehr über die Schwächen der Mitbewerber zu reden. Denn eins ist klar, das tut der politische Gegner schon von ganz alleine. Und wir wollen ja, dass aus diesem Prozess insgesamt die CDU gestärkt hervorgeht. Sie haben ja schon gesagt, es ist gut, dass es jetzt eine große Auswahl gibt. Auch, dass die Mitte Ihnen wichtig ist. Was braucht denn der künftige CDU-Chef oder die künftige CDU-Chefin? Stabilität, neue Ideen? Also ein Übergang ist immer heikel. Und es geht jetzt darum, einmal mit neuem Schwung Aufbruchstimmung auch in der Partei zu erzeugen. Es geht aber auch darum, einen zweiten Übergang gut vorzubereiten. Denn es ist ja jedem klar, dass mit der Entscheidung jetzt am 5. Dezember für den CDU-Parteivorsitz auch eine Vorentscheidung über den nächsten Kanzlerkandidaten der CDU getroffen wird. Und über den einen, den Parteivorsitz, entscheidet die Partei. Aber über den nächsten Kanzler oder Kanzlerin entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Und die werden sehr genau hinschauen, wie sich die Union bis dahin verhält. Ob sie sich zerstreitet, ob es eine Harmonie auch zwischen der neuen CDU-Spitze und Angela Merkel gibt, die ja Kanzlerin bleibt. Oder ob es da Nagelstiche gibt, Verletzungen gibt. Das würde nämlich bedeuten, dann kann sich dann wahrscheinlich auch den nächsten Kanzler abschminken, weil der kommt dann von einer anderen Partei. Glauben Sie denn, dass es tatsächlich gut geht, dass ein neuer CDU-Chef, eine neue CDU-Chefin harmonisch noch bis zum Ende der Legislaturperiode mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin zusammenarbeitet? Das kommt auf viele Dinge an. Unter anderem auch darauf, ob die SPD nach ihrer Bilanz, die sie nächstes Jahr über die Große Koalition ziehen will, diese Große Koalition fortsetzt. Aber ich wünsche mir schon im Interesse von Deutschland, wir haben heute gerade die Arbeitslosenzahlen gelesen, erstmals unter 5% seit der Wiedervereinigung, dass dieser Kurs noch fortgesetzt wird. Und dafür steht Angela Merkel. Ja, die Werte sind gut. Angela Merkel hat ja auch eigentlich gar nicht so schlechte Werte persönlich. Und trotzdem ist die CDU jetzt da, wo sie ist. Also da passt ja einiges nicht beieinander. Woher nehmen Sie denn diesen Optimismus, dass das noch weiter gut geht? Also ich glaube, dass wir so viel verloren haben in den nächsten Wahlen. In den letzten Wahlen liegt vor allen Dingen daran, dass wir seit drei Jahren einen Streit haben, nicht nur zwischen CDU und CSU, sondern ein Stück weit auch innerhalb der CDU über die Frage, hat man 2015 richtig gehandelt, ja oder nein? Es ist jetzt ein bisschen sowas geworden wie unsere Agenda 2010, die aus meiner Sicht richtig war. Aber die SPD ringt bis heute mit sich, was sie davon halten soll. Und in ähnlicher Form sehe ich das auch mit 2015. Die Entscheidung war aus humanitären Gründen und entsprechend unseren Werten richtig. Aber ein Teil der Partei hadert bis heute damit. Und damit muss jetzt Schluss sein? Ja, wenn wir nach vorne gucken wollen und die Menschen wählen uns ja nicht so sehr für Dinge aus der Vergangenheit, sondern es geht immer um die Zukunft. Und damit man uns da was zutraut, muss der Streit aufhören. Und wir müssen ein Erscheinungsbild den Wählerinnen und Wählern präsentieren, dass sie auch wissen, woran sie mit uns sind. Ein klarer Appell von Ruprecht Polenz, dem ehemaligen CDU-Generalsekretär. Union der Mitte gehört ja noch an. Guten Abend nach Münster hin. Dankeschön, einen schönen guten Abend.